zum Thema künstliche Intelligenz und dann kümmere ich mich anschließend um diesen Wolf oder um die Sonnensysteme und beim Ostermarsch während der Friedenspflicht, friedlicher Marsch für den Frieden. Okay, das lese ich auch noch, aber jetzt nochmal ganz kurz zur vierten Querstraße, da müssen wir mit Tarnung reinlaufen, Kappe auf, die vierte Querstraße. Okay, stellen Sie mal vor, einer ruft an, vierte Querstraße Lehmberg oder Weishach, nicht im Tal, das wäre falsch, und man findet das nicht. Ich habe dann natürlich, schlau wie ich bin, bei Google Maps, die vierte Querstraße und da steht ein großes I, dann ein V, großes V und dann Punkt Querstraße, also römisch, römisch heißt das, römisch, Sie wissen, großes I, großes V, römisch, was heißt das? Vierte, ja, die Lösung habe ich schon verraten. Der Wolf weiß das auch, vierte Querstraße oder es gibt Arabisch, der ist krumm, vier, Arabisch, wie sieht Arabisch? Arabische Schrift im Sonnensystem aus, am 8. April. Der vierte Monat, vier, na vier, vierte Querstraße. Wenn aber Google Maps römisch, das findet man nicht. Und wenn man es doch gefunden hat, weil man nicht doof ist mit Zoom, Zoom, Sie wissen, Zoom, 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 dann steht es im anderen Programm trotzdem anders drin und dann findet man es erst recht nicht. Also wenn man als Kunde ungeduldig ist und ich sage, ich kenne die gar nicht, dann legt der auf. Ich kann nicht jede Straße auswendig kennen. Ich habe dann gesagt, ich suche noch ein bisschen bis zur Rente. In diesem Sinne, schönen Abend noch. Schlafen Sie gut bis zur Rente, bis zum Rentenantrag.